als erstes mal wieder bis 14 jahre und zweit wieder mit der klaren video und ja wir haben vor circa drei monaten oder so ein video gemacht und zwar fast alle maps glitches und also die wo ich jetzt gewusst also die wo ich wusste und ja wir schreiben jetzt nicht mal 1.8 sondern auch nicht mehr 1.19 sondern 1.20 deswegen wird heute auch wieder durch video kommt also das video wird in circa drei tagen oder vier tagen hochkommen aber solange wir nicht 1.21 schreiben ist das glitsch immer noch so 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 here we go so 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 so